Hallo, im heutigen Video möchte ich unsere Deckenschale Kleiner Prinz vorstellen. Die Deckenschale hat einen Durchmesser von 36 cm und ist aus bruchsicherem PMMA Kunststoff gefertigt. Mit einer Drehbewegung können Sie die Haube von der Armatur lösen. Die Armatur ist aus Metall gefertigt und hat drei Befestigungspunkte, an denen sie an der Decke montiert wird. Schrauben und passende Dübel dazu finden Sie im Lieferumfang. Hier haben wir die Anschlussklemme. Null, Erde und Leiter sind vorhanden. Eine E27 Fassung aus Keramik. Diese ist geeignet für Energiesparleuchtmittel und LED-Leuchtmittel. Sie können Leuchtmittel bis maximal 15 Watt einsetzen und erreichen so eine Energieeffizienzklasse von E bis A++. Die Haube wird so wieder aufgesetzt, festgedreht. So kann sie auch nicht von der Decke fallen. Schon für Ihnen gefällt unsere Deckenschale. Vielen Dank fürs Zusehen. Die Haube wird so wieder aufgesetzt, festgelegt, dass sie auch nicht von der Decke fallen. Die Haube wird so wieder aufgesetzt, festgelegt, dass sie auch nicht von der Decke fallen. Die Haube wird so wieder aufgesetzt, festgelegt, dass sie auch nicht von der Decke fallen. Die Haube wird so wieder aufgesetzt, festgelegt, dass sie auch nicht von der Decke fallen.